ARD Text im Auftrag von Funk Wo ist denn der Mongo? Der ist in dem Eckhaus Ah, das ist echt scheiße, dass ich da bin Ach, der ist da rausgesprungen Wie ist denn der da rausgekommen? Boah, da hast du aber Glück gehabt, dass der Hadi den Arsch geschützt hätte Oh ja, ich war just in the moment gestorben Ich wusste echt erst nicht, wo ich bin Da, 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 da Deine Mutter Man, esse mehr Esse mehr, Junge Esse mehr Ey, der kriegt bei uns hier rumklettern Ja, doch klar, Mann Was ist der denn? Der klettert bei uns auf dem Haus rum Wir lassen doch Jetzt ist der wieder unten Bleib da, ich krieg den nicht zu Das darf doch nicht wahr sein, ey Das ist doch hier wie Judas jagen Nur ich hab die 50 Schillinge nicht gekriegt Deine Huure Deine Huure Deine Huure Extra Ja, ich würd mal sagen Sepp hat halt einfach drauf, ne? Hab dich einfach eiskalt gemessen Ja, Sepp kann einfach besser spielen, wenn er keinen Sniper mit dem Team hat Oh, ich hab grad nen Flacker Alter Wie nen Flacker Hatte grad nen Flacker Was für nen Flacker N' Flacker Bild Alter Ich hatte grad nen Flacker Weißt du, bin von hinten beschossen, ja und sagt, hier hat ein Flackerbild, das geht aber gar nicht. Ich hab auch einen am Flackern gerade, ey. Meine Nippel flackern sich da gegenwärtig ein. Fapp, 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 Junge. Zrrr. Hier macht der Helikokter. Fapp, 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 fapp. Alter, ohne Spaß, Hadi. Weißt du, was ich heute in der Hand hatte? Da gibt's ja ein Foto von. Du hattest heute deinen Pimmel in der Hand schon und hast fapp, fapp, fapp gemacht. Fast, fast. Ich hatte heute das Saints Row the Third Pimmelschwert in der Hand. Geil. Ja. Was für ein Ding? Nein, ich dachte, du wärst so laut gewesen. Jay ist so geil. Wat? Wat hast du? Ich tue mal so, als wäre dich jetzt interessiert, sich aber anzulegen. Das kann man bei dem so geil raus hören, das ist der Hammer. Das ist richtig geil, das ist außerdem mega schwer. Ja, hast du direkt erst mal voll in die Kimme gerieben, oder? Da hab ich ein Foto auf jeden Fall von gemacht, wie ich halt mit zwischen die Beinen halte. Check mir die Nüsschen, ey. Der ist geflasht. Ich bin mega geflasht. Das geht gar nicht klar. Oh, der snipet. Dann fickt der mich woanders weg. Scheiße, ich muss hier weg. Ich bin hier gleich geflasht. Nein, ihr hab mich gemischt. Ich bin hier so geflasht. Ja, scheiße. Ich war so geflasht. Sehr gut. Boah, Alter, wie ich es unbedingt wollte, wie ich es unbedingt wollte. Ja, sehr schön. Boah, da hab ich das Opfer gespielt. Also, Sepp, merke da nicht mehr lang gehen. Weil, Sniper ist scheiße. Damit sind wir echt ein leichtes Ziel. Also, wir kommen da jetzt nicht mehr an. Hör auf, die westliche Bevölkerung zu verarschen. Das ist aber nicht die westliche Bevölkerung. Jay snipet in dem mittleren Haus bei sich. Ah, ich snipe deine Mutter. Voll geil, da der snipet, ey. Ui, 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 ui. Da ist er immer noch dran. Hm. Oh. Wie lange ist der? Nicht in das Haus rein. Dreh, nö, nö. Ich bin tot, oben auf dem Haus. Da habe ich gesnipert habe und oben auf dem großen Haus. Schau mal, geil, wa? Komm, Bram, du willst den Kill. Ich weiß es doch. Ja, will ich ja auch. Kommt zum Haus. Du weißt, dass ich hier bin. Mann, du weißt, dass ich auf dich warte. Du weißt, du weißt, dass es im Prinzip eine Falle ist, aber du kannst nicht anders. Ja, aber, also, reden wir gerade von dem Haus, wo du gerade die Treppe hochgelaufen bist. Ja, vollkommen korrekt, in dem bin ich. Aha, die jetzt auf der Treppe warten ist unfair. Warum denn? Du kommst oben halt nicht mehr raus. Also, du bist oben halt nicht mehr rausgelaufen, deswegen, weil es jetzt auf der Treppe gewartet ist. Ja, tue ich das. Guck wenigstens mal oben mit einem Köpfchen raus. Ja, tue ich ja. Ja? Ja. Nein! Nein! Ich wollte eigentlich, dass du dich jetzt umdrehst und dann auf die Straße guckst, und dann würde ich dir eine Samtix vor die Fresse schweißen. Verdammt! Schade! Ich wollte dich einfach furzen. Du musst Hammer furzen? Ich hab gerade Hammer gefurzelt, Alter, das stinkt echt wie beim Ochsen aus dem Arsch. Aber eigentlich. Ich bin beim Ochsen. Bombe erlangt! Liebe Zuschauer, Dennis Bram, riecht gern an, bei Ochsen am Arsch. Oh man, nice. Scheiße, da hat er mich gesehen, ey. Der Dart. Blond! WTF? Was ist das? Irgendwo sind du? Bobo, ey. Ich gucke nicht nach links. Natürlich nicht. J-Bahn ist da hinten. Boah, Alter, was meinst du? Wie eklig ist die Tüte? Da hab ich da nicht zu erschwert. Die Tüte, was? Da war ne Tüte in der Küche. Da kommt er. Wow! Fuck! Na halt. Ich bin da nicht mehr weggekommen. Tut mir leid, Sepp. Da waren auch so zwei sogar. Zumindest hätte einer gesnippt. Da hast du dich über Versehen, Dennis. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Muss man ja ein bisschen aufholen auf dem Bram hier. Was die Punkte angeht. Aber das finde ich immer noch scheiße. Da sitzt jetzt bestimmt oben auf dem Dach drauf. Niemals. Oder in der Etage, wo die Bombe ist. Aber ich glaube, da kämmt Dennis. Das macht er immer gerne. Ja, und Dennis stand einfach hinter dem Zaun. Ich bin Adi, ich möchte dir die tollsten Theorien erstellen. Tja, es sind immer meine Theorien, ja? Ich glaube, entweder ist der Aufplacht oder im ersten Stock oder im Erdgeschoss oder er ist im Helikopter oder er... Oder in dem Helikopter, Junge. Ich möchte mal sagen, in der heutigen Monorauf ist es das erste Mal, dass ich eine Abschlussserie bin. Oh ja. Weil Bram einfach Nubi Nubi ist. Da liegt der Wichser da schon, ey. Ich finde das gut, dass mein Herz seinen hoch hat. Sip, was machst du denn? Sonst messen wir auch immer sofort. Ich hab gemessert. Was haben wir denn jetzt gemessert? Was haben wir denn überhaupt nicht gemessert? Oh, wuhu. Ja, boah, Alter. Siehste? Wie er mich gemessert hat. Boah, Sip, wir werden gerade ein bisschen geraped, ey. Ist das ne Scheiße? Sip, wir müssen etwas bedächtiger vorgehen. Leute, weißt du Scherz? Wie schnell waren die denn? Na. Alter, wie schnell waren die beiden denn? Komm, Dennis. Willst du nicht nochmal gucken bei der Mülltonne? Soll ich nochmal gucken? Komm. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott, du bist sterben. Du bist sterben, ich lege neben dir. Du weißt ja genau, dann renne ich aus dem Haus raus. Boah, komm. Ey, Hadi, guck mal, als wo ich liege. Alter, weiß ich genau, dann springe ich aus dem Fenster. Das ist doch Bullshit. Boah, boah, Bullshit. Was ist das richtig noch da, Hadi? Boah, Bullshit. Boah, 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 boah. Ach komm, die können doch nix, ey. Wir müssen mal ein bisschen aufs Ganze gehen, ihr Seppel. Na, geh doch mal aufs Ganze. Das ist doch scheiße. Mann, wieso tötet der mich denn bitte direkt? Ho, ho. Ho, ho. Ja, die kommen raus. Da komm ich nicht mehr raus. Komm raus, der ist da in dieser einen Ecke. Da komm ich aber nicht mehr raus. Der ist da in dieser einen Ecke. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Loll, Loretta. Loll, der hat... Loll, ach, in der Ecke. Scheiße, ey. Alter, da hab ich dem auch noch einen mitgegeben. Alter, ich war fast tot, ey. Das darf nicht wahr sein. Jetzt kann ich jetzt noch ein Abschluss... Nächste ist noch ein Abschluss der Belohnungssammlung. Oh, Hadi, hast du mir zu... Nein. Wie schnell er mich tot hatte. Das darf nicht wahr sein. Oh, ja. Warum will ich gerade große Fresse haben? Hahaha. Ich würde sagen, der Pro mit der UMP, wa? Auf jeden Fall auf die Entfernung. Alter, was ist denn mit mir los gerade? Das ist scheiße, das ist alles. Ja, echt? Ja, ich will weiter snipen. Wir haben die Bombe. Vorräte sind unterwegs. Letter Versuch, Dennis. Ja. Der Flash. Danke. Lava. Nice. Wiederhole. Helikopter. Echt? Hammer geil. Oh, ja. Nächste Runde bist du am Sack. Ja. Und hast du den Chopper? Ich hab den Chopper. Ja. Hammer geil. Heißt Zip, nächste Runde. Der ist hier drin. Stecken. Ja, und der ist hier drin. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Von... Ja, von meim, ja. Nee, nee. Der kommt aus uns an. Da hast du auf die G8 dann geschaltet. Da hab ich zu langsam geschaltet, ey. Nadi? Nadi? Ich hab mich ja... Ich dachte, dass du da bei den Sitzen sitzen und livest, ey. Scheiße. Aber hast du noch geschossen, ey. Boah, ey, da hab ich richtig Panik gekriegt, als ich das rote Pünktchen dann schon fast an den Kopf gekannt hab. Wir haben jetzt 10 Sekunden, um uns zu verziehen. Leute, das ist ja nur ein Heli. Was ist das denn, ey? Willst du mich verarschen, denn? Warum benutzen wir den denn schon direkt? Warum nicht? Das ist ja... Das ist doch voll homo, Bram, ey. Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohne! Das ist jetzt voll homo. Trim. 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 Was zum Teufel. Das ist keine gute Idee, Sepp. Der ist ziemlich... Genau. Ah, er schießt. Oh, die kommen! Egal, wir haben geklärt. Das ist wichtig. Fick dich. Alter, dieser Scheiß-Heli geht mir so auf die Eier, ey. Das ist der Wahnsinn. Fack! Fack! Ich hab dich gehört, du Wichser! Ich hab dich... Ich war fast fertig! Fack! Ich hab dich gehört! Fack! 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 hat von satz mit x adina ist also bei ihm besonders schwer wo brand mehr du hast mich voll verraten wie die kanickel habe ich denn es auch noch so leicht gemacht nämlich die bombe verloren das war so ärgerlich ich war fast fertig mit der bombe ist das eine scheiße ich mit meinem leben geschützt oder ist aber jemand geflashert hatte der gelegen habe ich ja mal gar nicht gesehen der lag da ich glaube der ist reingerannt nicht da immer ich glaube du bist gleich tot ja ich gerade überhaupt geschossen einzig guckte die bombe hatte aber jetzt hat das auf jeden fall der hat die der sepp ja das heißt jedoch an der moment sebastian lenzen kessel mag oder war doch immer wieder bei genau sebastian kessel mag glänzen oder sowas ja dann kessel mag glänzen sebastian ich weiß es also ich wie gesagt brammen der hd und kessel mag sebastian lenzen seppig naja dann ist das immer besser was gewohnt ja ich wusste aber dass er da war ich hab den zumindest durchlaufen sehen ne ne da war der aber nicht doch da war da ne da war der nicht das war so safe ey dann sitzt er da wie der enderman leck mich am arsch alter wie ich den voll gegeben hab aber du hast eigentlich alles richtig gemacht du hättest nicht nach oben rennen dürfen der hat zuerst gemässert aber du hättest eher reagieren sollen ne ich hab voll drauf geknallt aber der hat mega verzogen leider links ist auf dem dach bei b aber geh hole ich mir noch mal oder zumindest versuche ich es ich durfte da nicht so ich konnte da nicht so lange stehen bleiben ich weiß aber voll geil jay zoomt raus sepp bewegt sich einen meter jay zoomt rein sepp ist in der nächsten ecke jay zoomt raus und sepp rennt mich so sepp jetzt machen wir aber mal hier lass sie kommen die sind ja sowieso total aggressiv für die mongos für bram war rechts na du bist rechts lol ich hab's doch gesagt das sind voll die kleinen homos ach bram lebt noch ja bram ist obendrauf bei dem ok ist natürlich ein bisschen scheiße wenn er da oben drauf ist fick dich bram ich bums dich in den Arsch ich schwörs dir nein nein ich dachte ich hör auf die ecke und tötte ihn sehr bald du bist du mich verarschen das auto hat alles abgefangen boah fuck ey alter ich bin schon da voll am rumschreien jetzt ist so später stunde halt aber ich kann nicht anders das ist grad einfach zu spannen ali sag einfach du hast deine pillen vergessen zu nehmen ja ich hab meine pillen vergessen ritalin immer ritalin mit deinem radi boah ich brauch das jetzt aber immer wieder hier tagelang nicht gezogen das ziel zerstören hammer judo wir haben die bombe ach du bist doch ein Ficker angeflogen ist das war geil der stand an dem zaun an der mauer am haus mein ich ja ja an der mauer am haus ach der moa da kommt der so umdran ansicht du gehörst in die kammer da gehörst du hin da gehör ich hin auf jeden fall also jet auf jeden fall die bombe kannst du keinem erzählen der kommt unten rein in der mitte der ist geflasht wo ist der denn der ist im haus in dem zerbrückhütten hier mhm oh schön jetzt muss er da weg live live scheiß die wand hat er gar nicht mitgekriegt doch aber er musste keinen fluchtenfick gehabt keine schnitte ach der hat einen raketenwerfer net quatsch naja machst du nix nächste runde das war eine fahrt ohne wiederkehr das ziel zerstöre wir haben die bombe ah die da war einer ne wo war einer ooooh jejejeje wo war einer oh schön pfff du kleiner geartin mother fucker ey alter bist du ein ficker hab ich dich gebumst ey wo hab ich mich erschrocken als ich dich gesehen hab weil es deine komische ackige face fresse ja das war geil ich hab mit dem sechseck gesprungen wo ist der mongo denn der war da auch irgendwo an der stelle wenn ihr uns noch mal in sechseck springen wollt guckt uns die tue schnell was boah jay du bist mega ekelhaft echt mal ich hab gerade keine zeit keine zeit für nen blowjob das ist aber nicht gut jay ist bei sich im spawnhaus boah jay ist bei sich im spawnhauen boah boah scheiße da lag ich da konnte ich mich gar nicht wegbewegen als ich da im letzten gefecht lag auf der scheiße veranda ne oh man ey ne fritte hat er mir noch mal einen mitgegeben hab ich mich noch gesund da drauf jetzt fangen die auch noch an zu campen weil sie sich am spawnen ja lasse doch ist doch in ordnung nix dran in ordnung so sepp beweg dich noch mal nicht so weit von mir weg lass dich nicht wegzwecken die sind zu arg gewascht Achtung feindliche vorreite Achtung feindliche aufklärung drohne gesichtet das ist jetzt doch wieder kacke ja ohne spaß ich hasse euch boah hammergeil jetzt fick ich euch richtig pass mal auf aber den trumpf den spiel ich jetzt noch nicht aus ne feindliche aufklärung drohne gesichtet das war natürlich sehr intelligent ja hier sieht mich doch eh mongos ja das stimmt wohl hi fick dich wiii lol jetzt ist er oben verdammt der andere ist bei b der ist runter gestrungen bitte voll ich weiß nicht was du gehört hast oder nicht boah alter so wie wie lol lass dich nicht lass dich nicht weg snacken sepp ich hatte nen monster lag alter bram die waffen sind scheiß du merkst du das eigentlich das darf nicht wahr sein der kann voll innen oh Gott sei Dank oh mein Gott und ich war schon dreimal auf selbst geschossen die coolen kam nicht an alter was hast du für muschi waffen ich nehm andere kein Problem ey da bist du ja unterlegen da kannst du nicht was viel haben da bist du einfach geschossen der dumme ist ja der ist nochmal dreimal so viel weißt du mit den shotguns kannst du beim Paralympics starten aber nennst du anders ja dann flieg ich ja oh ja sepp noch nicht töten lassen die kannst du als Holzbeine benutzen die Waffen so auf wen geh ich denn ich geh auf den da wooo der andere ist im großen Haus glaub ich doch keine Schnitte da müsste der gewesen sein ne die müssten beide hier gewesen sein irgendwo ja dann töte den ja er hat sich da in die Ecke gesetzt ja der hat sich da an die Ecke gesetzt fuckern also wir geben mir grad hier voll Land ab er darf doch doch nicht wahr sein ja ich bin echt scheiße gerade ach ne 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 da geht es nicht aufgeben selbst aufgepasst auf nichts einlassen ich keinen bock mich da wegsnipern zu lassen oder bram liegt bestimmt in dem großen haus da das auf jeden fall in der richtung gerade zwei flasches sind darauf begangen der schießt da irgendwie und ich kann auch noch was er da macht niemals ich jemanden verarschen niemals also ich glaube der ist auf jeden fall in dem großen haus da drin noch jetzt noch los machen wir zu wir kennen uns bauen aus aber ich kann sagen also ich habe mir noch keine lust hier doch nur drohen oder gewissen habe ich gesehen der lichter da lag da draußen im gras vor dem eingang von dem aus der tüte an gemacht ja auf jeden fall hat es unten im gebäude in dem großen da kann er ja gerne sein in dem eckhaus drin sehr schön und bram ist bei dem großen haus die bombe hat er jetzt was er kommt er du bist der master ich weiß dass du der master bist den arsch gedeckt vermute aber dass er bei a plantet meinst du jeden fall ja weil denn es die ganze zeit bei a sitzt genau genau deswegen meinst du das vier was er will sich ja nicht verarschen was soll ich mal ich habe darauf ich habe darauf spekuliert dass er rüber geht ja toll gesagt er plantet bei a war doch schon auf weg zu aber ich habe ihm gesagt er soll zu b gehen ja dann kommt er wieder von hinten so wie immer ja aber besser gewesen als zu warten wer ist die chance gewesen wir dürfen uns nicht auf unserem vorsprung ausruhen wenn es wen von den beiden sieht man denn da nicht ist ja gar nicht meinst du siehst du und da sitzt das schon wieder in der ecke bram du gehst mir ganz schön auf die nüsschen alter ja wcf dann habe ich gemessert und dann wcf wie du hast gemessert du schaltst 50 meter von mir weg zuerst gemessert ich habe dich gesehen nur keiner pisser ich weiß noch was du da drin bist irgendwo bei B komm doch rein du musst deinem partner helfen steh hinter dir aber da ist einmal noch da habe ich dir wieder einen mitgegeben nur keiner pisser willst du den Kampf echt tatsächlich aufnehmen ja natürlich will ich den Kampf aufnehmen auch wenn Bram von hinten kommen wird es mir scheißegal ja der Bram schützt A schön boah das darf ich nicht so kleiner Fäcker ey das kann nicht wahr sein alter Vater ist das schlecht boah ich bin so mistig oh ne oh yeah naaa scheiße ich dachte du läufst nach B und gehst planten ich habe die Bombe gar nicht gehabt mann lol die hat Zepp gehabt ich habe die doch vor dir gedroppt oh nein oh geil alle Spiele gewonnen heute geil sehr gut ich war so schlecht das darf nicht scheiße naja geil vielen Dank für die Zuschauer und bis zum nächsten Mal